Ihr habt nur einen einzigen Tag, um das nächste FNCS Gratis-Item zu holen. Nur an diesem Sonntag, am 12.02. solltet ihr auf Twitch oder in Legends Landing mal das Spiel besuchen, um euch das nächste Gratis-Item für FNCS holen. Diesmal gibt es das Spray und natürlich gibt es jedes Wochenende ein neues Item. Das heißt, wenn ihr dieses Wochenende verpasst, aber nächste Woche gibt es ein neues. Ihr könnt das immer bei mir auf Twitch abholen, hier auf jeden Fall TikTok oder in den Short-Formaten. Denkt dran, Livestream zu besuchen und euch dort die Gratis-Items zu holen, solange es geht. Und nächste Woche kommen dann die ganzen anderen Sachen wie Backplaying, Ladebildschirme und so weiter.